Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Es ist nie zu spät, das Wichtige zu tun. Du bist ja nicht auf der Bühne. Ja, was ich weiß, was ich weiß, wenn ihr bezahlt, keinen Eintritt, ihr bekommt alles umsonst. Ihr wisst doch, dass wir die Zeit einhalten müssen. Na, kommt schon. Na, einsteigen, los. Ja, und wohin geht die Reise jetzt, Gevater? Wohin, wohin, Gedächtnis, wie ein Sieb. Reim mit ihr, setz sie auf deinen Hintern. Du, das ist kein Spruch, den man klassisch nennen könnte. Nein. Wir sehen uns den Tatort an. Denk daran, du musst nachher eine Zeichnung haben. Auf der muss alles stimmen. Alles muss stimmen. Für wie dämlich haltet ihr mich denn? In meinem Beruf kam es immer auf etwas an, und zwar auf Akkuratesse. Jetzt steigt schon endlich aus. Ich muss mich das dann fragen lassen. Sei doch nicht immer gleich beleidigt. Warum lachst du denn? Ach, weil der Idiot sich immer nervös machen lässt. Jedes Mal dasselbe. So wie bei dir. Immer wenn es spannend wird, dann schminkst du dich. Nicht mal richtig. Nicht mal was? Bei Gelegenheit zeige ich dir mal, wie man das macht. Eher zeigen wir. Ausgerechnet dieser alte Schmieren-Komödiant. Das Ganzen hast du verlernt, du alte Rupfdole. Schminken auch. Geschminkt oder nicht geschminkt. Jetzt haltet gefälligst die Klappe. Das ist das Schlimmste, was man von einem Schauspieler verlangen kann. Ich tue es. Ich tue es. Dritter Stock. Zeige, Mitglied. Kann ich Ihnen helfen? Ja, guten Tag. Interessant. Interessant. Bitte? Dass er mich nicht mehr kennt. Habe ich mich so sehr verändert? Moment mal. Vor drei Jahren bin ich hier noch aus- und eingegangen. Koppel? Der Nämliche. Das heißt, ein Teil von ihm. Magen weg, Galle weg, zwei Herzinfarkte. Nur das Köpfchen funktionieren noch. Aha, mal wieder so vorbeischauen. Mal sehen, ob doch alles an seinem Platz ist bei Helwig und Co. Nur mal so vorbeischauen. Beifall bei der Spannung des Stöhnen. Das ist ein Teil von der Spannung des Stöhnen. Immer wieder auf der Spannung des Stöhnen. Mal sehen, was Du eine Spannung des Stöhnen. 美 Event! Die Spannung des Stöhnen. Duchess nicht zu mir? Und das ist ein Teil vonbrememacht. Ich war nicht. Schwer nicht. Guten Tag. Guten Tag. Moment, bitte. Was Sie wünschen? Zunächst mal, dass Sie freundlich zu mir sind, zu einem ehemaligen Mitarbeiter der Firma. Hat sich alles ein bisschen verändert hier. Naja, drei Jahre. Ich habe noch mit dem alten Herrn zu tun gehabt, den es nicht mehr gibt. Sagen Sie, was ich für Sie tun kann? Melden Sie mich bei dem jungen Herrn an. Koppel ist mein Name. Alfons Koppel. Der Name sollte ihm noch geläufig sein. Ja? Koppel, keine Ahnung. Moment mal. Hatten wir nicht früher mal einen Koppel? Koppel, Koppel? Vielleicht in der Buchhalter? Noch unter meinem Vater, so. Und was will der Mann? Okay, dann lassen Sie ihn mal reinkommen. Zwei Minuten. Aber nur kurz. Der Chef ist sehr beschäftigt. Ist sehr beschäftigt, kenne ich. Sind Sie immer die Chefs. Herr Koppel. Ja, bitte. Guten Tag. Guten Tag. Moment, Herr Koppel. So, Herr Koppel. Wo kommen Sie denn her? Von zu Hause. Wenn man das so nennen kann. Von der Endstation Altersheim. Ah, ja. Unser Koppel. Unverkennbar. Etwas älter zwar, aber unverkennbar. Na ja, wir werden alle nicht jünger, was? So ist das Leben eben. Ihr Vater, mein Chef, das war er. Ja. Na, wie geht's Ihnen denn so? Nicht besonders. Oh, das hört man in Ungarn nicht besonders. Gesundheitlich? Eher finanziell. So was passiert Ihnen? Sie waren doch immer ein Meister im Sparen von Geldern. Wahrer Künstler. Wenigstens war das die Meinung meines Vaters. Ein Künstler im Sparen. Für die Firma, ja. Für mich selber war ich nicht so erfolgreich. Tja. Also, was kann ich für Sie tun? Haben Sie keinen Job für mich? Ein was? Brauchen Sie keinen Nachtwächter? Aber den haben wir doch lieber Koppel. Wie zu Ihrer Zeit? Immer noch Sicherheitsdienst-Krappe. Jede volle Stunde steht jemand nachts vor unseren Türen. Wissen Sie was? Hier haben Sie 100 Mark. Da gehen Sie schon essen und trinken. Und den Nachtwächter, den vergessen Sie. Hier neben Sie. Genieren Sie sich nicht. Und da kommt er ja endlich. Na, wie war's? Alles okay. Alles in Ordnung? Alles in Ordnung. Und ein Almosen. Na bitte, ergo bibamos. Herr Ober! Ja, sofort. Wünschen Sie also, wir kriegen... Excuse, excuse. Darf ich, ja? Was für Champagner haben Sie da? Champagner? Ich sehe, Sie sind verwundert. Haben Sie etwa keinen? Natürlich haben wir Champagner. Was Sie nicht sagen! Das ist doch der Unsinn! Wir kriegen zwei Bier, ein Mineralwasser... Für unseren Chauffeur. Und einen klaren. Aber wir wissen jetzt, dass Sie tatsächlich Champagner haben. Wir werden bei nächster Gelegenheit darauf zurückkommen. Ich kann's kaum erwarten. Jetzt, Emilia, schränk's vorhin auf. Dein Auftritt, bitte. Also, das Wichtigste. Der Tresor steht doch an derselben... Der Tresor steht doch an derselben Stelle. Und das ist doch dasselbe. Alte Ding. Kein Problem für den Spezialisten. Das sind deine Büroschläge. Ja, ich hab's hier ausprobiert. Sie passen. Hier ist der Empfang. Der Fahrstuhl ist hier. Der nicht benutzt? Natürlich nicht. Die Treppe? Hier gleich daneben. Die Büros von Hellwig & Co. liegen im zweiten Stock. Ein Wachmann macht die Runde und steht jede volle Stunde vor der Bürotür. Dann bleibt also nur eine Stunde Zeit. Ja, das müsste zu schaffen sein. .... Toi, Toi, Toi. Ja, ja. Die Show steigt erst am 8. ab, dann könnt ihr euch einen abgucken. Der hat ja den Schäfer. Davon müsste ich auch was wissen. Ein zum Friedhof Grufte. Hey, hey. Ruf den Bulleten, Emil. Oder willst du treten deinen fetten Händen an? Emil, Emil, da sind zwei Irre. So ist man, Schätzchen. Immer schön freundsam sein. Und tun, was der liebe Opa sagt. Was ist denn? Schmeiß raus, schmeiß raus. Da sind wir. Pünktlich auf die Minute, aber Achtung wie früher. Ich hab gesagt, schmeiß raus. Wähl deine Sirene ab oder klatsch dir eine Verdufte. Ich hab mir alles gefallen lassen. Tag. Koppel ist mein Name. Alfons Koppel. Der war am Tag? Ja. Vom Fach? Der jene Jahr sind zwei. Zwei? Die waren ja misstrauisch, wa? Die waren auch vorsichtig. Keine Angst, die könnt ihr wem einen Tipp gegeben haben? Deinen Kollegen von früher zum Beispiel? Für dich immer noch Sie, Emil. Ist das klar? Okay, 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 ist ja gut. Keine Angst. Ich weiß zu viel von dir, Emil. Zum Beispiel die Sache mit dem Manker damals. Das reicht noch immer für ein paar satte, fette Jährchen. Versteht einfach keinen Spaß. Wie früher. Nur beruhigen Sie sich mal, Herr Inspektor. Sonst trifft Sie noch der Schlage in Ihrem Alter. Und das in so einem Etablissement? Na denn, auf ein langes Leben, wa? Hallo. Ich hab noch einen Freund mitgebracht. Sieh auf, wie ich sehe. Eine Frage vorweg. Noch interessiert? Aber klar doch. Was Emil so erzählt hat, das klingt richtig gut. Aber setzen wir uns doch. Na, dann schießen Sie mal los. Also, wir haben jeden Schritt berechnet. Auf die Minuten. Wenn Sie sich genau daran halten, kann ich schief gehen. Haben Sie einen Plan dabei? Ja, hier. Die Schlüssel? Bitte. Woher haben Sie den? Ja, vor meinem Chef. Kurz bevor er gestrommen ist. Die sind nicht registriert? Nein. Das hier ist für die beiden Türen unten. Und er hier führt. Okay. Ja, 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 ja. Ja, ja, ich komme ja schon. Warum drohen Sie so spät? Die Essenszahl ist blober. Sie wissen doch, dass Sie pünktlich sein müssen. Jetzt ist die Küche geschossen. Was heißt das? Das Abendessen schnitt uns zu. Sie kennen doch die Hausordnung. Ausnahmen gibt es nicht. Ach, steigen Sie doch auf den Hut. Aber verehrteste Frau Dwinger, wir haben die Friedshilfe besucht, auf denen unsere Frauen und ihre Männer ... ja, wie viel waren das? Ach, doch nicht. Denn Nordhus, Miesibele, wir haben gemeint, was wir verloren haben. Aber warum kommen Sie so spät? Weil die Friedshilfe uns zugerufen haben in Grabesruhe. Bleibt hier, euer Platz ist hier. Begreift das doch endlich. Hier! Hören Sie doch mit Ihren Theaterphrasen auf. Sie stehen hier nicht auf der Bühne. Oh, da hören Sie sich aber, verehrteste. Wir stehen alle auf der Bühne. Die ganze Welt ist Bühne. Auch Sie spielen da Ihren Part. Der ist vielleicht nicht besonders attraktiv, aber ... Was isst du mit unserem Essen? Ja oder nein? Wollen Sie mir drohen? Ja. Ich schreie alle Scheintoten zusammen. Aber nichts Warmes mehr. Nur kalt. Nur noch kalt. Danke. 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 Alles verrückt. Tippt. Natürlich abgesperrt. Herr Pushkar? Herr Puschka, Herr Puschka, es ist abgesperrt. Lassen Sie uns raus. Ja, Herr Borger, länger gearbeitet heute? Monatsabschluss, das heißt Überstunden, Überstunden. Ja, ja, die Überstunden. Moment bitte. Kann ich Sie ein Stück mitnehmen, Herr Nessler? Oh ja, das wäre sehr nett, Herr Borger. Bitte sehr. Danke. Herr Borger, hier sieht er aus wie ein Lippenstift. Okay, danke. Damit der Monatsabschluss nicht in die Hose geht, dann schau ich um die Überstunde. Danke. Gute Nacht. Danke, Herr Puschka. Bist du sicher? Ja, ganz sicher. Verdammt nochmal, wie kann man nur so blöd sein? Hallo? Hallo, Herr Puschka? Herr Puschka? Ja, bitte. Ich habe von unten gesehen, dass ich das Licht habe brennen lassen in meinem Büro. Das kann ich sagen. Nein, nein, ich krieg morgens sonst die größten Schwierigkeiten. Nein, Dietrich. Das ist ein einfacher Bad. Gib mir eine kleine Größe. Diese blöde Ziege. Diese blöde Ziege. Sie sind neu hier? Ja, seit zwei Wochen. An Ihrer Stelle würde ich aber nicht gleich mit Überstunden anfangen. Herr Bouchard, da ist was los im zweiten Stock. Bei Hellwege und Co. Ich habe so merkwürdige Geräusche gehört. Ja, mindestens 15.000. Na, wer sagt's denn? Heben Sie die Hände hoch! Jetzt sind Sie schon bei der Arbeit. Sie haben immer Geld im Büro. Wertsachen, Schmuck, ich weiß das. Keine Sorge. Zum Wohl. Na, zum Wohl. Woher denn das? Geklaut. In der Küttchen. Zusammen rückt die kleine Schar zwischen Furcht und Hoffnung schwingend. Dein Champagner trinken wir morgen. Und bei Champagner bleiben wir dann. Ja, ich habe noch eine Menge Adresse von alten Kunden. Alten Halsabschneidern. Ich auch. Das heiße Adressen. Zum Wohl. Post. Halsabschneider. Warst du nicht selbst einer? Ja, natürlich. Wir waren alle Halsabschneider, nur nicht die Richtigen. Sonst säßen wir nämlich nicht hier in diesem beschissenen Altersheim. Ich war keiner. Ich habe sie nur gespielt, die Halsabschneider. Glänzend, natürlich. Ja, allerdings. Glänzend. Glänzend. Wer keiner war, der wäre es gern geworden. Da gibt es zu, wir liegen doch auf dem Bauch vor den Halsabschneidern. Und warum? Weil sie Erfolgstypen sind. Die werden wir jetzt wohl auch. Ich weiß, wo was zu holen ist. Der kriegt seinen Champagner und sie kriegt... Na, was willst du? Jetzt kannst du Wünsche äußern. Ein paar anständige Klamotten, damit man sieht, wer sie mal war. Du ne Tänzere. Oh, pardon, pardon. Solo-Tänzere. Ja. Du Arsch. Was für herrlichen Zeiten gehen wir hingegen. Goldenen Zeiten. Ach. Glaub doch sowas nicht. Ihr seid ja alle verrückt. Männer. Ich kenne Männer. Du hast eine Menge kennengelernt. Zweifelt jemand daran? Inwendig und auswendig. Männer. Das ist doch alles Verrückte. Alles Halsabschneider. Prost. Alte Hupftohle. 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 Hupftohle in der Hand und legt mich auch um. Das ist ja gut. Umberuhigen Sie sich mal. Setzen Sie sich hin. So. Nun weiter. Ich habe den Schuss gehört und bin so schnell wie möglich weggerannt. Dann haben Sie also den Täter oder die Täter gar nicht gesehen? Nein. Sie sagen, Sie haben die Funkstreife von der Telefonzelle aus alarmiert. Ja. Wie sind Sie dann rausgekommen aus dem Haus? War nicht abgesperrt? Nein. Der Wachmann wollte gerade abschließen, als ich ihn alarmierte. Als die Funkstreife kam, da war der Eingang aber abgeschlossen. Und, äh, Sie waren allein? Ja, natürlich. Da bin ich. Haben Sie die Leute? Ja. Kriminalpolizei. Kann ich Sie mal sprechen? Nein, ne? Darf ich einkommen? Bitte. Danke. Verletzt oder tot? Er ist tot. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Eines Tages habe ich ihm gesagt, wird die Polizei vor der Tür stehen und ich werde sie fragen müssen, verletzt oder tot? Und sie werden sagen, tot. Seine Pistole war nicht entsichert. Ja. Er sagte immer, im Notfall werde ich die Pistole zeigen. Aber ich werde nicht schießen. Auf einen Menschen. Nein. Der andere hat geschossen. Sehen Sie nicht, dass da noch was drin ist? Wann wollen Sie denn noch Kaffee trinken? Es ist schon zehn nach acht. Darf ich niemand austrinken? Wir müssen doch abspülen. Trinken Sie schon aus. Dafür? Keine Rücksicht. Sie nehmen keine Rücksicht. Küche ist schon geschlossen. Na ja. Bargeld, ja. Nicht allzu viel, so um die 20.000 Mark. Etwas Schmuck. Hier ist eine Aufstellung. Wertvoller Schmuck von meiner Frau, die so schnell zu handhaben wollte, wenn wir abends mal in der Stadt geblieben sind. Das ist ein ziemlich altes Ding da. Etwas ungewöhnlich für so ein modernes Büro. Reine Nostalgie. Ich hänge sehr an dem guten alten Stück. Das ist ein Andenken an meinen Großvater, den Firmengründer. Und an meinen Vater. Er war genauso. Etwas altmodisch, solide. Der Haupttresor steht im Keller, einbruchssicher. Nur die Tür zu Ihrem Büro war aufgebrochen. Sowohl die Eingangstür unten, wie auch die Tür hier zu Ihrem Bürokomplex waren abgeschlossen von außen. Also die Einbrecher müssen einen Schlüssel gehabt haben. Was sollten die ein... Sie meinen doch nicht etwa... Ihre Mitarbeiter? Nein, nein. Die sind zuverlässig. Entlassene Mitarbeiter? Wir haben seit Jahren keine entlassene Geschäfte gehen glänzend. Das heißt, gestern war ein pensionierter Angestellter bei mir. Der hat vor ein paar Jahren in der Buchhaltung gearbeitet. Und der war gestern hier? Ja, suchte Arbeit. Als Nachtwächter. Ich hab ihm 100 Mark in die Hand gedrückt, das war alles. Also ich mein, mehr war nicht. Ja, pensioniert zwar, aber doch immerhin kein Mann, der sich hier auskennt, ne? Naja, auskennt. Doch, ja. Zum Beispiel, dass Schmuck und Bargeld im Tresor sein könnte. Ja, wahrscheinlich, doch. Aber der Mann, ne? Der kommt nicht in Frage. Kann ich trotzdem seinen Namen haben? Aus. Schluss. Vorher. Es liegt ein Toter auf der Bühne. Das war schon immer ein Problem. Wie kriegt man die Leiche von dem Brett da? Ja, aber das Geld, das Geld, das Geld haben sie doch geholt. Und Irrenschmuck. Darf ich deinen Gedankengang interpretieren, liebste Irma? Du denkst, also bitte korrigier mich, du denkst, wir haben niemanden rumgebracht. Und so gesehen ist natürlich alles gut gelaufen. Bis jetzt, richtig? Richtig? Ja, aber jetzt. Dein Toter auf der Bühne. Aber auch viel Geld, sein oder nicht sein, das ist hier die Frage. Holen wir uns das Geld, jetzt oder? Oder? Jetzt. Ja, Marabu. Ja, ja. Moment! E-Mail, Telefon! Der Typ von gestern. Ja, hoffentlich erreiche ich die auf die Schnelle. Ja, aber nicht vor 11. Na? Na, was meldet der Bote? Kriegen wir das Geld? Wollen wir's? Ja. Natürlich. Guten Morgen! Guten Morgen! E-Mail, die Typen waren gestern! Moin! Ich bin wirklich auf die Minute. Schnapps? Für mich nicht zu früh. Aber für mich. Kommt er? Gesagt hat er's. Auf gute Gesundheit. Immer noch keine Angst. Die hab ich im Laufe der Jahre verloren. Und zwar total. Du warst ja... Oh, pardon. Sie waren ja meine richtige Nummer. Ja, und bei einem Verein, vor dem du heute noch Schiss hast. Sie auch nicht. Keine Angst. Wovor soll ein Halbtotter noch Angst haben? Was hat er denn mit der Polizei zu tun? Meinen Sie, das wäre ungewöhnlich? Oh nein. Dieser Koppel ist ein renitenter Typ. Voller Widerspruch. Schauen Sie, wir haben einen sehr schönen Tagesraum. Einen Garten, Liegestühle. Ein sehr schönes Angebot für ruhige alte Leute. Aber dieser Mann macht davon keinen Gebrauch. Er saust in der Stadt herum mit einigen anderen, die ihm leider sehr ähnlich sind. Mit irgend so einem Kleinbus. Auch so eine Sache. Sie haben sich einen Bus angeschafft. Ich weiß nicht wovon, denn Geld haben Sie ja nicht. Das ist natürlich eine Scheissituation. Sollen wir verschwinden? Nein. Das sind Mörder. Soll ich denen die Hand geben? Oder soll ich sie anspucken? Oder soll ich das Geld nehmen? Das hättest du dir vorher überlegen müssen. Na, das ist richtig. Ach, das ist eine Scheissituation! Und wir haben das begriffen. Er ist da. Im Hof. Gleich rechts. Du bleibst hier. Ja, natürlich. Entschuldigung. Verdammt, wir haben echt Probleme mit euch. Machen wir jetzt kurz. Unseren Anfall. Wie viel? Zehntausend, fifty-fifty. Und der Schmuck? Das dauert, bis der verscherbelt ist. Wenn ich das Geld jetzt nehme? Dann hängt er mit drin. Bis hier. Worauf's euch ankommt. Logisch. Bei uns geht's hier zum Kopf und Kragen. Wir müssen uns sicher sein. Ja, völlig klar. Was euch angeht. Ganz sicher. Ja. Also? Der Umfeld ist dran. Haben Sie auch keine Angst, fragt der Kermik? Nee, sag ich. Wovor soll ein Halbtoter... Ein Halbtoter doch Angst haben? Es erwachen die Halbtoten. Die Scheintoten erwachen zum Leben. Geld, Geld. Jetzt haben wir es. Wir haben es und wir behalten es. Aus dem einfachen Grund, wir brauchen es. Wir brauchen es. Wir brauchen es. Ich glaube, wir brauchen es. Ich weiß nicht. Wovor sei ich denn, ernst? Da rief ich mir vor Frau Klinger. Ja komm, hilf, der Hupf, Dode. Oh nein, das ist es. Es geht. Schönen guten Tag, Frau Quinger. Sie werden uns heute nicht bestrafen können mit Essensentzug, denn wir sind pünktlich und gut gelaunt. Was gibt es denn heute Schönes zu essen? Kohl und Zwiebel. Wollen wir die wieder außer Haus? Zunächst einmal wie die Polizei. Sie sprechen. Die Polizei? Wir hätten uns gerne mit Ihnen unterhalten. Mit mir? Ja, mit Ihnen, Herr Kocker. Wom geht es denn? Wo können wir denn umgestört reden? Hier, bitte. Das gefällt mir nicht. Verschwinden wir auf unsere Zimmer. Ja, ich habe da mal in der Buchhaltung gearbeitet als Rechnungssklave. Ich habe Zahlen gefressen und Zahlen ausgespuckt. Und irgendwie bin ich selber eine Zahl geworden, die zum Schluss jemand ausgespuckt hat. Sie leben von einer Rente, ja? Haben Sie Leben gesagt? Entschuldigen Sie mal, geht es Ihnen nicht gut, oder? Sie machen mir Spaß. Erklären Sie mir mal, was diese Fragen soll. Sie waren gestern im Büro Hellwege. Gestern? Gestern? Gestern, ja, natürlich. Ich dachte, geh mal vorbei, mal guten Tag sagen. Sie wissen, was da passiert ist. Ja, ich habe gehört, ein Einbruch. Soll ich Ihnen was sagen? Als ich gestern in alten Geldschrank sah, da wollte ich schon sagen, Menschenkind wollen Sie sich endlich mal einen anständigen Tresor einschaffen. Der war ja schon bei Ihrem Herrn Pfarrer aus der Bohne. Sie haben sich nach einem Job erkundigt. Als Nachtwächter, ne? Stimmt. Stellen Sie sich vor, ich wäre es geworden und hätte gestern Dienst gehabt. Peng. Wie viel Geld haben Sie in der Tasche? Wie viel Geld? Ja, ein paar Mark. Wollen Sie es sehen? Sie haben einen Bus gekauft. Wozu? Zusammen. Wir vier zusammen, alten Gebrauchten. Das heißt, gekauft noch nicht direkt. Erstmal auf Probe. Das ist eine Verrücktheit, war da nichts? Vier alte Leute? Das sind Verrücktheiten nur was für junge Leute? Was machen Sie eigentlich mit dem Baden? Wir fahren herum. Wer Koppel ist, wissen Sie jetzt. Dann gehört zu der Clique Josef Steckel, ein ehemaliger Polizist. Polizist? So steht es jedenfalls hier. Weiter Carlo La Rosa. Ein alter Schauspieler, der nicht alle Tassen im Schrank hat. Ja. Ich bin auch mal bei der Kripo gewesen. Aber schon lange her. Schon gar nicht mehr wahr. Und was wahr ist, das sehen Sie hier vor sich. Ich denke, Sie haben doch einen Blick dafür, für Leute, die Ihnen sagen, wir mal das Handtuch geworfen haben. Und wer hier ist, der hat das Handtuch geworfen. Ach, Sie spielen Schach. Wer ist am Zug? Schwarz. Schwarz. So. Was? Bei welchem Dezernat waren Sie eigentlich? Oh, bei jedem Einbruch, die im Stahl sind so Reihung, dass Sie kennen das hier. Ja, ja, die übliche Ochsentour. Ich habe mich wirklich gefreut, an den ehemaligen Kollegen, Königlern zu sagen. Fühlen Sie sich noch so? Als Kollege, meine ich. Nein. Ich bin für niemanden mehr ein Kollege. Das hat sich verloren. Von Jahr zu Jahr, von Tag zu Tag. Nein. Kein Kollege. Hier. Ja, bitte. Die Herren wollen Sie sprechen. Oh, pardon, ich habe nicht mit Besuch gerechnet. Ach, tatsächlich, Sie haben mich auf der Bühne gesehen. Erinnern Sie sich an das Stück? An meine Rolle? Ja, das ist, ich meine, Sie waren doch, wie nennt man das eigentlich, dramatischer Held, nicht? Ja, das war ich. Ein Held in Luftspiegelungen von Autoren. Das ist gut, das muss ich mir merken für meine Memoaren. Luftspiegelungen. Ich habe meinen Leben Autoren gewidmet. Ja. Ich stehe zur Verfügung. Als Luftspiegelung. Falls die Polizei etwas damit anfangen kann. Das sind Sie nicht da. Ja. Das heißt, das mache ich. Antonius von Cleopatra. Meine große Zeit. Vorbei. Vorbei. Ein so erfolgreicher Schauspieler wie Sie, entschuldige die Frage, aber wie kommt er eigentlich in so ein Altenheim? Das ist eine sehr gute Frage, junger Mann, eine sehr gute Frage. Ich habe, wie alle jungen Leute, nie daran gedacht, dass ich alt werden könnte. Ich habe nie vorgesorgt, nie geklebt, nur gelebt, gelebt, gelebt. Und dann plötzlich Aktschluss, letzter Akt vorhaben. Kann Ihnen natürlich nicht passieren. Heutzutage. Das heißt, wenn Sie überhaupt so alt werden, wie ich, in Ihrem Beruf. Ja, bitte. Ach, ich, ich hoffe, wir belästigen Sie nicht. Wir wollten Sie nur kennenlernen. Ach, sind Sie das? Natürlich, ich habe gehört, Sie waren Tänzerin. Prima Ballerina. Ja. Ja. Das bin ich. Und das bin ich nicht. Niemand ist am Ende das, was er mal war. Ich nicht. Und Sie auch nicht. Wenn es mal so weit ist. Ja, da mögen Sie recht haben. Aber Sie haben doch Freunde hier. Ach was. In meinem Alter schließt man keine Freundschaften mehr. Freunde. Höchstens gute Bekannte. Damit man nicht ganz so einsam ist. Ein Hund darf man sich ja hier nicht halten. Ein Hund wäre mir lieber. Bitte. Gehört. Gestern wurde ein Wachmann erschossen. Haben Sie davon gehört? Ja. Von wem? Von. Gelesen. In der Zeitung. Stellen Sie sich vor, ich kann lesen. Entschuldigen Sie bitte auf die Frage von wem. Da antworten Sie aber ganz spontan von. Von. Also. Gehört von wem. Koppel hat mir davon erzählt. Er hat sogar an dieser Firma was zu tun gehabt. Was sagt denn Koppel zu dem Toten? Fragen Sie ihn doch selber. Sie haben was damit zu tun auf irgendeine Weise. Ich weiß nicht wie, aber doch. Koppel hat ganz genau gewusst, dass in dem Tresor was zu holen war. Der Kapitän Tipton. Der wem? Haben Sie ihn auf eine Weise, ich weiß auch nicht wie ich es sagen soll. Sie sind total kaputt, Harry. Sie haben ihn erreicht. Den Endzustand. Ohne Moral. Und was mich am meisten erschreckt, fast zwangsläufig. Jetzt sagt bloß noch, das könnte uns auch passieren. Daran wage ich gar nicht zu denken. Höre ich richtig Champagner? Ihr nehmt mich wohl auf den Arm. Es fehlt nur noch, dass er unser Geld sehen will. Aber wir zeigen es Ihnen nicht. Also nun mal Tacheles. Champagner, ja oder nein? Und wenn er nicht die richtige Temperatur hat, dann geht er, pssst, retour. Compris, garçon? Du verras, ton cul siera bientot aussi froid que le Champagner. Compris, monsieur? Ach, den Ober doch mal auf Französisch. Ob es ja auch was zu essen gibt? Manger, manger, compris? Ja, das liefst du doch nicht. Ja, da weiß ich andere Lokale. Der Ober im schwarzen Frack mit weißer Fliege. Und ich, ich werde kommen und fragen, ist mein Tisch noch reserviert? Und wenn Sie sagen, nein, sage ich, Kopf ab. Hallo, Chef, hier Berger. Also im Augenblick sind Sie in der Gaststätte Rittering und trinken Champagner. Den VW-Bus haben Sie heute Morgen bezahlt. 2500. Da haben wir was für Herr Støke. Ja? Kommen Sie mal. Bitte? Was gibt's denn? Die anderen auch. Herr Koppel, Herr Larossa, Frau LaRouche. Na, kommen Sie schon. Es wartet jemand auf Sie. Hier sind Sie. Guten Abend. Bitte kommen Sie näher. Nehmen Sie Platz. Vielen Dank, Frau... Frau Twinger. Frau Twinger, danke schön. Bitte. Was soll das erwähnen? Eine Vernehmung? Ja, so könnte man das nennen. Nein, machen Sie jetzt bloß keinen Fehler. Hier. Bitte schön. Ein Durchsuchungsbefehl. Wie haben Sie den denn gekriegt? Woraufhin? Es besteht der dringende Verdacht, dass Sie und Ihre Freunde mitwisser, wenn nicht sogar Anstifter eines Verbrechens sind. Was soll das heißen Anstifter eines Verbrechens? Legen Sie mal den Inhalt Ihrer Taschen hier auf den Tisch. Sie zuerst, Herr Steckel. Was haben Sie in der Brusttasche? Innentasche. Ist es nicht erlaubt, Geld in der Tasche zu haben? Wie viel ist es sei? 900 Mark. 920, um genau zu sein. Da ist es nicht erlaubt, 920 Mark in der Tasche zu haben? Herr Kollege, Sie werden mich jetzt fragen, was ist das für Geld? Woher kommt es? Ich werde es Ihnen sagen, freiwillig. Das ist der Rest meines Vermögens, das zusammengeschmolzen ist, bis auf diesen schäbigen Rest. Und mit diesem Geld machen wir uns ein paar letzte schöne Tage, die wir verdient haben, die uns das Leben schuldig ist. Es ist Ihr Anteil an der Beute. Anteil an einem Toten. Beweise? Beweise, Herr Kollege. Sie machen ja doch einen Fehler. Haben Sie Beweise? Sag mal, warum haben wir denn sein Zimmer nicht durchsucht? Der alte Fuchs kennt sich doch aus. Denkst du, er versteckt das Geld unter der Matratze? Also ich verstehe dich nicht, Stelten. Ich hätte erst mal die ganze Bande vorgeführt und mir dann jeden einzeln vorgenommen. Harry, es geht doch um ganz etwas anderes. Es geht doch um die Antwort auf die Frage, haben Sie ihn wirklich erreicht, den Endzustand? Endzustand. Ich glaube, du hast es nicht alle. Steckel hat recht, wir haben keine Beweise. noch nicht. Er hat gedacht, er könnte den alten Steckel reinlegen. Irrtum, Herr Kollege, Irrtum. Voll Verhören verstehe ich nämlich was. Immer noch. Ich kenne alle Tricks. Keine Sorge, die können uns nichts anhaben, überhaupt nichts, gar nichts. Ein paar letzte schöne Tage, die uns das Leben schuldig ist. Ein paar schöne Tage, die wir uns verdient haben. Versteht ihr? Verdient! Aber der lässt nicht locker. Ich kenne diesen Typ. morgen, 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 morgen! Guten Morgen! Guten Morgen! Geht es jetzt ab ins Präsidium? Nein, nein, wo denken Sie hin? Ich wollte Sie einladen, ab ins Grüne. Wann bringen Sie mich zurück? Ich habe um elf eine wichtige Verabredung. Wir müssen Sie natürlich einhalten, kein Problem. Wollen Sie nicht wissen, was wir sehen? Wenn Sie das Gefühl haben, dass ich es wissen soll, dann werden Sie es mir schon sagen. Sie haben sich gestern so für mein Schachspiel interessiert. Spielen Sie auch? Ja, manchmal. Lust auf eine Partie? Im Grünen? Wir beide? Sie gegen mich? Ich gegen Sie? Warum nicht? Quatsch. Sie fangen an. Also, kein Verhörs gemacht. Keine Lampe, wenn jemand angestrahlt wird. Haben Sie das früher so gemacht? Oh, wenn es mal was abdeckt? Wenn man, wie durch eine Wand hindurch musste? Na ja, die Zeiten haben sich geändert und die Methoden auch. Ich weiß nicht, wer die Sache ausgeheckt hat. Das spielt auch keine große Rolle im Moment. Wahrscheinlich Koppel, der das Büro Hellwege genau kennt. Na ja, und so wurde die Idee geboren, sich dort zu bedienen. Man brauchte nur Leute, die da einbrechen. Und die haben Sie besorgt. Unterstellung! Nein, Moment. Sie müssen nichts sagen. Ich will die Antwort gar nicht hören. Ich brauch sie nicht. Nein? Ich weiß, dass es so war. Sie sind dran. Mich interessiert Ihr innerer Zustand. Wie fühlen Sie sich? Ich versuche, mich in Ihre Lage zu versetzen. Auch in die Lage Ihrer Freunde natürlich. Können Sie das nennen? Na ja, ich sage ja, ich versuche es. Und ich sage Ihnen, das schaffen Sie nicht. Das ist möglicherweise eine Erfahrung, die Ihnen noch bevorsteht. Dann werden Ihnen die Augen übergehen. Da bricht alles zusammen, was Sie gedacht oder woran Sie je geglaubt haben. Alles. Hören Sie mir genau zu. Alles verliert seine Bedeutung. Wird sinnlos. Und das Letzte, was Ihnen bleibt, wie Sie Ihren Kadaver über die Zeit retten. Alles gilt nichts mehr? Nichts. Ich gratuliere. Sie sind ein sehr guter Spieler. Schachspieler. Sie haben mich gewinnen lassen. Nein, nein. Ich hätte gar keine Chance gegen Sie. Jetzt aber ab ins Präsidium, Herr Guth. Nein, noch nicht. Ich habe nur versprochen, dass Sie Ihre Verabredung einhalten können. Bitte. Was Sie auch versuchen. Sie kriegen mich nicht rum. Darf ich nicht versuchen, mal rauszukriegen, wer Sie eigentlich sind? Ich weiß, wer ich bin. Wissen Sie es wirklich? Für Sie. Entweder Sie sagen, was das soll, oder ich gehe jetzt. Können Sie gern mal versuchen? Ich habe die anderen auch eingeladen. Woher wussten Sie? Mein lieber Kollege, Lehrbuch für angehende Kriminaler, Seite 1. Nun ... Ah, Sie haben uns beschatten lassen, oder? Na, na. Wozu? Vielleicht wollen Sie noch einmal Geld abholen. Wissen Sie, wenn der Schmuck erst einmal versilbert ist? Da kommt noch ganz hübsch was zusammen. Was ist eigentlich los? Er ist mit uns hierher gefahren und er sagt uns nicht warum. Hat sich irgendetwas geändert? Jetzt hat sich geändert gar nichts. Es hat ja verhört worden. Ja, Mann. Er hat uns so ein Bier eingeladen. So Champagner ist ja nicht gereicht. Was ist denn eigentlich los hier? Setzen Sie sich bitte hin. Ich habe noch jemanden eingeladen. Guten Tag. Das ist die Frau des erschossenen Wachmanns. Wir kümmern uns ein wenig um Sie. Sie ist ja ein bisschen hilflos, aber dafür dürften Sie ja allergrößtes Verständnis haben. Ich dachte, vielleicht wollen Sie sie einmal kennenlernen. Das also haben Sie sich ausgedacht. Was haben Sie gesagt? Nichts. Gar nichts. Ich wusste nicht, dass Sie in Gesellschaft sind. Störe ich Sie auch nicht? Aber nein, nein. Kommen Sie. Nehmen Sie nur Platz. Das sind alles Bewohner eines Altenheims. Das ist ein ehemaliger Kollege von mir. Das ist ein ehemaliger Angestellter bei, in einem Büro. Ach, den Herrn kennen Sie vielleicht noch. Das ist ein ehemaliger Schauspieler. Ein ganz bekannter Bühnenstar. Und diese Dame da war ehemals Tänzerin. Prima Ballerina. Sind alles Ehemalige. Die ihre Tage jetzt in einem Altenheim verbringen. Also nochmal. Guten Tag. Ich störe Sie auch wirklich nicht. Bleiben Sie. Bleiben Sie ruhig sitzen. Ich habe draußen unseren Wagen gesehen. Kann ich eine Schlüssel haben? Ja, natürlich. Ich fahre jetzt zu meiner Verabredung. Warte nicht auf mich. Moment mal. Schon gut. Warte sie im Auge. Keinen schönen Spruch mehr. Kein passendes Zitat. Nein. Jetzt nicht mehr. Elfe war ausgemacht. Jetzt ist er. Sind Sie noch da? Machst du er ja? Ach, wie wohl. Wir haben doch Geschäftsverbänder. Wir haben doch was zu kriegen. Sie warten im Hof. Ich will mit der Sache nichts mehr zu tun haben. Was willst du denn noch? Die Rechnung begleichen. Da ist nichts mehr zu begleichen. Doch. Ich bin umgefallen. Ihr seid dran. Und ich habe dir gesagt, wenn du umfällst, bist du dran. Ich schieße! Ich schieße! Bitte nicht schießen! Hilfe! Ich bin verletzt! Hilfe! Hilfe! Die beiden waren es. So gut, habe ich mich dooflich gekannt. Ich bin ein Klee. Ich bin ein Klee. Danke zoals spreaderende. Ich bin ein Klee. Ich bin ein Klee. Ich bin ein Klee. Ich bin ein Klee. Musik Musik